Erstellen von Wasserzeichen Mit der in PDF-Exchange, nur in der Standard- und Pro-Version verfügbar, einfach zu handhabenden Wasserzeichen-Funktion ist es ein einfaches, PDF-Dokumente mit Wasserzeichen zu versehen. Und so geht es. Wählen Sie zum Beispiel in MS Word den Befehl Datei drucken. Stellen Sie sicher, dass PDF-Exchange Printer 2012 als Drucker aktiv ist und wählen Sie Eigenschaften. Klicken Sie nun auf Wasserzeichen und wählen Sie entweder eine bereits erstellte Vorlage oder erstellen Sie eine neue Vorlage, indem Sie auf Erstelle Zertifikat klicken. Bestimmen Sie nun die Bezeichnung für das neue Wasserzeichen, den Typ, Text oder Bildwasserzeichen und natürlich den gewünschten Text für das Wasserzeichen. Des Weiteren können Sie weitere Einstellungen für das Schriftformat vornehmen, sowie die Drehung des Wasserzeichens und dessen Deckkraft. Klicken Sie nun auf OK und bestätigen Sie anschließend den Druck, um die PDF-Datei mit einem Wasserzeichen zu erstellen. Und dann können Sie das Wasserzeichen mit dem Blick auf die Daten sowie den Weg ut und die Drehung des Wasserzeichen. Und dann können Sie das Wasserzeichen